2 zu 0 gegen Elektra. Wie würdest du das Spiel analysieren? Klar würde ich das nicht bezeichnen. Der Gegner hat uns das in der zweiten Halbzeit ein bisschen schwerer gemacht. Die waren auch von Anfang an nicht einfach zu bespielen, gerade auf dem Platz. Man hat vor der Partie schon geahnt, dass es eine Kampfpartie zum Schluss wird und so ist die zweite Halbzeit auch gewesen. Wir sind dann mit dem schönen Treffer von Menzo relativ schnell in die Führung gegangen und dann haben wir das Spiel gut kontrollieren können. Ist das schon das? Oder ist das noch? Wir haben ihn dann in der zweiten Halbzeit gut verteidigt. Das muss man auch sagen. Wir haben aber nach vorne nicht so viele Aktionen gehabt. Aber auf der anderen Seite haben wir auch auf der Bank nicht den Eindruck gehabt, dass die Gegner so gefährlich werden kann, um uns wirklich das Bein zu stirnen. Wir haben das gut über die Bühne gebracht. 2 zu 0, wir haben zu 0 gespielt. Die Defensive war sehr stabil. Ich bin eigentlich mit der Mannschaft und mit dem Ergebnis, auch mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden. Als Mannschaft haben wir sehr gute Leistung gezeigt. Nicht nur was die Defensive anbelangt, sondern auch im Spiel nach vorne. Und das habe ich auch von den Spielern in der Kabine gesagt. Wenn wir als Team auftreten, wenn wir als Team wirken und auch das Ganze, was wir in uns haben, auf den Platz bringen, dann gibt es keine Zweifel. Wir haben die Qualität im Kader und die haben wir heute auch gezeigt. Vielen Dank.